servus und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft bedwars heute mal wieder mit dem jan und es backt bei dir auch und ist ne bei mir leckst nur weil fraps die da blöd rummacht ne ich bewege mich so komisch guck also wenn das bei mir in der aufnahme siehst bewegt mich so ganz komisch was im wasser raus hey das hast du lange gewartet es ist das jetzt geht es wieder das ist mein bord unterschiedlich richtig komischer back jolo crafter vor der bergwürdig danilo 16 07 richtige tricks name ja finde ich auch kommst du mal her in die mitte ja ich bin noch blöcke mit ich habe ja auch noch zeug liegt ja auch auf der weg zarkose und so ein scheiß wir sind die erste definitiv man kann schon mal wieder zurücklaufen wobei wir sind nicht die erste sind gleichzeitig die erste aber der ist gold kriegt er nicht der fliegt der fliegt bevor er siegt ja oder doch okay von hinter kommen auch noch welche ich nehme nicht auf die roter kommt roter kommt hier in die base ja zurück zack rot ist komplett raus also halt erstmal tot ich probiere die kleid zu rushen nein da war ein block über mir und da konnte ich mich nicht hoch bauen da soll jetzt am besten machen mit dem fack was etwas warte ich habe hier brust für dich und zwei und ein eisenschert 5 gold bogen für dich und schon mal pfeil im zweiten ich brauche noch die basic richtung so ok ich gehe wieder in die mitte du kannst du mal kurz in der base bleiben mit einem boge als wenn du halt einmal naja ich bin der genius ein schwert bräuchte ich noch ich bin ja eh wieder da weil ich tot bin als kann ich habe jetzt ohne aufnahme mann was da einer nein nein ich bin tot es kann und fernst du wenn ich mit fernst aufnehmen pass auf nur 60 kommt ohne fernst das habe ich 380 also ich hatte gerade also mir hatte gerade eine failaufnahme und danach habe ich die aufnahme gestoppt dann hatte ich plötzlich instant 500 fps also jemand anderes hat schon im boge oder extrem ich muss mal mit irgendein anderes aufnaheprogramm mal suchen irgendwie das nervt einfach nur hat wer anders im boge oh mein gott ist der problem ist halt ob es problem ist bei mir obs funktioniert nicht weil ich meine videos nur mit movie maker schneiden kann und das ist definitiv eklig geht zurück und hol mir einen boge und mit movie maker ein video schneide ich meine ihr kennt es wahrscheinlich und das ist eklig also da hat einer ohne rüstung boge wow ok da gönnt sich halt blauer hat rüstung aber mir könnte zu theoretisch grün russia und er ist schon auch alleine wobei ja doch kommen aber auch drauf oder kommen ein grünes schaf grün ist in der mitte was die schafe haben mich gekillt das war so ein bob alter du hast ja was zwei peile gekauft ja lol die schnauze schreiben kann also stände kann ich ja und solche leute regel auf die dann provoziere weißt du was erreicht habe in ihrem leo yolo crafter alter genau so sieht er aus hast du schon mit crafting peter aber bei crafting peter ist cool nein doch crafting pet hell was hast du gegen lowbox der hat auch einen der macht es mit photoshop weg was macht er in photoshop weg wie er on hat ach so der ist halt richtig schlecht achtung blauer kommt jolo crafter wird gefickt alter am nacken warum block ist der so schwul alter jetzt bin ich schon wieder tot ist mir doch egal ob blauer in die mitte kommt ich habe eh verkackt nein ich auch nein ich bin die kante runtergeflogen nice aber ich hab den blauen ich provoziere dem ach so ja gut dann gehe ich jetzt um an die mitte holen gold nicht dein ernst nicht dein ernst kann gar nicht sein du hast mich gar gekillt hacker hacker hacks und so ne scheiße ich habe wieder fünf gold dann kommen wir schnell so ein bergen und begchen beck in l l ein mimi hatte auf wie der neues wieder hochklar nämlich hat er auf wie der neues wieder hochklote wer mimi er jetzt gesehen nicht schlecht dafür die drei haben sparen die drei haben sparen lebt Simon Unge und Dagi Bieter haben Spaß ich finde Twitter Beef extrem Nice es war so das war so so äh was dann Samstag? ne Samstag oder so ich weiß gar nicht auf jeden Fall was extreme Abend und Nachtunterhaltung nice ich geh mal zu blau soll ich mir einen Bogen machen? weil hab ich ja noch ja machen wir mal können wir mal an Rossmann eröffnet in den in unserem in unser stück in den 29 stadt 8 Kilometer entfernt ist ein kleines Städtchen mit wieviel? 3500 Einwohner 400 Einwohner äh 4000 bisschen mehr als 4000 der ist ist groß für uns sehr groß ach der ist rot da Achtung da kommt ein roter bei uns in die Base glaub ich äh ich bin grad bei blau ich fick die ein bisschen am Innerkölm ich mach jetzt auch ein bisschen Bow Spam er geht wieder zurück in die Mitte wenn ich treffen würde würde er nicht ankommen aber naja secure ich glaub ich hab hier nochmal ich bin jetzt grad bei blau ein bisschen am Nerven ich nerv dir jetzt extrem alter ich hab wahrscheinlich eh keine Chance mehr bestimmt nicht ne also der Ende ist der Ende ist der Ende ist so so ein blau Arsch unter zweite folgt so gleich so perfekt schweck schweck sorry da muss ich mich jetzt echt konzentriere irgendwie das ist die Situation was extrem ohne konzentriere geht halt nix also gelb fehlt noch wo ist gelb rot steht noch wir sind gelb ah wir sind gelb ups sorry bist du in der Mitte ja ahja ok ich schieß grad auf den einer roter hey ich hab grad falsch hatte gehört hörst du das ja das feuch ist feuch ist feuch ok wo ist der andere der rote bitte ah der andere rote ist auch in der Base ok ich provoziere die mal ein bisschen ich geh mal ein bisschen vor ich geh mal ein bisschen vor eine hat auf jeden Fall ein Bogus schätze ich ja hallo beide haben jetzt aber ich hab 10 Gold zum hoffen dass sie mich munterwischt ich hab einen dreimal getroffen den muss ich jetzt verziehen bitte wisch nie boah diese Texture Packs die auf der Höhe immer unten schwarz werden ja das ist eklig gell ja das ist richtig eh ich versteck mich mal ich will jetzt ja nichts riskieren weißt du was weißt du was was wieder aus der Sommerpause zurückkommt was der von Neo Royale wie das heißt also von von ja das war der einzige Grund um ein Fernsehsender online in der Mediapothek aber das Problem ist halt Fernseh stirbt es mittlerweile aus weil Stefan Rapp jetzt dann aufhört zum Ende des Jahres und dann will keiner mehr Fernseh gucken mal ganz ehrlich das war wirklich so das einzige was ich jetzt noch geguckt hab was so TV total Wok wär eben so ne scheiße ja sowas war dann nur aber auch wegen den YouTubern ja klar und Stocker Crash Challenge aber der macht ja noch bis also eine Stocker Crash Challenge müsste noch kommen oder? du müsst doch immer tot sein oder? ja hab ich mir grad auch überlegt ich hab den jetzt grad so oft getroffen alter ja soll ich mal ein bisschen ansneaken und da rüber bauen kann schmache wenn du willst kann man mal machen kann schmache muss aber nicht das ist das ist so brauchst du nicht unbedingt aber ah ja so was ich probier den da hinten noch zu ich bring zwei Eisenschwerter mit ok man die sind extrem also heute morgen hab ich ne Runde gespielt da waren sieben von acht Spieler war gelähmt alter so richtig eklig du konntest die ich hatte die ganze Zeit keine Rüstung ein Hacker ne nein ich bin natürlich ein Hacker ich hab die Hacks am Start man jetzt verkack ich aber grad richtig so ich hol nochmal das Gold die warte ich hab den Eisenschwerter ah danke nice dann können wir jetzt auch nicht rüber ich baue ich hab nur 13 Blöcke fuck ich geh mal kurz zum gegenüberliegende Team dass ich mich so runter schießen kann ah das ist das ist das ist gut tricky ich mein das sind ja eh nur noch zwei Teams deswegen juckt's ja keinen so blöcke der hat den der hat glaub ich ungeturnt äh aber sag ich mal mit dem neuen Anti-Hack ungeturnt 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 das heißt on angemacht ach so du hast ungeturnt Sinn hm das turnt mich on sozusagen ja ja ich hab's nur nicht ganz verstanden ach so ok Ok, 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 ok. Du Lümmel. So, also ich bin wieder am Start. So, hier liegen auch noch dringend, hier liegen auch noch Fußpolt. Oh je, 16 haben wir noch. Nice. So, jetzt bauen wir uns am besten so drüber, wie die Base. Ja. Aber mit, mit, mit Schubs, gell? Jep. Also Daniel, da musst du einen Block liefern. Nee, hatte. So, so, und so. Denken Sie sich einfach, dass ich denn sie mit seinem kleinen Kapuff da nicht triff. Komm, komm, zweimal, dreimal insgesamt schon. Jetzt muss er sich verziehen. Aber du hast an der Seite keinen Schutz. Der andere zieht. Ok, der eine hat einen Rückstoßbogen, glaube ich. Nun könnte, ich hole mal einen stärkere Boge, komm. Das hat doch keinen Sinn. Warte, Daniel, Daniel, warte ganz ganz kurz. Ja? Und zwar, schau mal da an der Treppe. Ja, ich hab's gesehen. So, danke. Oh ja. Oder eine Enderperle könnte ich mir hole. Eine Enderperle und eine starke Boge, dann passt's. Beides 13 Gold, glaube ich. Dann lege ich dann von oben ab und... Mhm. Ich baue mich rüber. Ich hoffe halt, dass ich dann oben lande und nicht unten, weil unten ist extrem eklig. Da habe ich sogar keine Chance. Also auch mit dem Equip. Ich... Ich... Okay. Ja! Aha! Na klar. Oh je. Nice. Scheiben lief doch einfach. Nein, jetzt beenden wir die Runde fair. Wie ich den Ben auch. Okay, wart. Ich kann. I'm on the survival. Dann schmeißt du rüber. Jo. Dann musst du mir aber aus dem Weg gehen. Ja warte. Ich schwäch dir noch ein bisschen. Ich gehe unten rum. Ich gehe unten rum. Wo auch immer der ist gerade? Ah, da unten. Okay. Warte, warte. Ich habe noch keinen Weg. Ja gut. Wenn der unten da baut, dann kann ich mir die Enderperle rüberwerfen. Oh, es laggt. Oh, scheiße. Ich habe gerade die Frame Drops. Ich bin hinter unten. Bist du oben? Ne, ich bin hinter unten. Aber er merkt's nicht. Er merkt's nicht. Ich hatte gerade richtig lags. Wo ich die Enderperle geworfen habe, konnte ich gar nicht mehr, äh, grad gucke. So hat's gelaggt. So. Jetzt schickst du ihn für Minuten, oder? Ja, nö, nö, ich... Ich will mal seine Reaktion sehen. Zack. Ganz komisch, jetzt komisch. Und... Goodbye, du scheiß Pissfotze. Oieieieiei. GG. Du bist noch 13 Tage gebannt. Aber weißt du, was ich morgen habe? Gratis Level 9. Nice. Ich hab in... Nach GG. Ich hab in siebe Tage. Also gut, würde ich gerne schnell sagen, war's das mit dem Clash of Clans Talk am Ende. Und, äh, lasst einfach ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.